Toni Kroos, Peter attackiert's. Oh, endliches Tor! Wer weiß, vielleicht gibt ihm das wieder Selbstvertrauen. Und sie kommen noch mal richtig wieder. Ein Unentschieden würde auch nicht reichen, um sich den Titel zu holen. Real Madrid trifft, das wollen wir uns noch mal anschauen. Toni Kroos, er liebt diese Distanzschüsse und er trifft regelmäßig aus der zweiten Reihe. Der Beweis, da hat er toll maßgenommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Kiefer.